hmm hey yo hey yo hey 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 was 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 sie los was 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 machst du hier was was ist was machst du hier ist das neue video wir machen jetzt ja viel spaß okay wie ist hier ausgegangen dicha mach mal wieder ran aufnahme hat begonnen willkommen zum video skateboard bei der fisik tun weh nico ist fett ok schnauze taxi fahrt nach fegling bitte hi italien wo fahren wir da lang ja da lang zum kies tag wir gehen die kurz besuchen heisagen und beisagen so nennt man das heutzutage das waren einfach nur obdachlose ich habe schon gefilmt denke ich weiß auch nicht okay nico okay saas saas among us ich nehm den pinken willst du die ab hier ja sparking hier ok ich hab orange floor hier orange floor keine produzierung by the way ok wir müssen gleichzeitig öffnen 3 2 1 oh ficken digga junge weil die geschirr war mit seine nicht explodiert ich bin halt das will amok nicht ey das riecht ich schwör das riecht wie der wie der lutscher digga digga oh mein gott ist das süß digga jungen was ein ficker digga erdbeer schillig digga ey orange ist voll äh oh ficken süß digga hm mein ist bisschen nass by the way ich wohne hier keine bakterien im teilen oh jungen was ist das digga du musst noch daraus trinken digga jungen erdbeer schillig digga digga ich sterbe bei mei davon zucker 11,6 gramm ja ist doch gar nichts digga unmöglich ist dann nur so wenig drin milch was da ist niemals milch drin digga was ist milch? ja da steht milch erzeugnis milch mager milch pulver milch pulver digga da ist gummi hier drin was zum fick? aber wie ist denn gummi hier drin? na digga wir trinken irgendwas verbotenes oder so alles kann erdbeer schillig digga erdbeer ist krass aber das schmeckt wow also für leute die extrem süße sachen mögen zum trinken kauft es euch auf jeden fall für die leute die es nicht süß haben wollen als den energy kauft es euch nicht das ist extrem süß digga kauft es euch lieber nicht digga was passiert denn da digga wow digga das sind diese spandau schiller digga diese rathaus schiller die schillen am rathaus den ganzen tag digga wir machen nichts anderes außer bitches klären aus dieser entfernung ok komm mit drauf digga easy oh letzter versuch kobe ja jetzt bin ich da wie soll der vorne gehen da ne 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 der fuß ist noch da hallo 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 bruh nico bruh 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 er macht den play digga Edgar Junge egal hey moment dieser autist in die falsche seite'm wollten wir nicht gerade falsche seite'm paar nein wir schneiden wir raus letzter engel ich weiß danke danke die meter gegen die autisten in berlin spanndau ein engel ich bin ein engel ich halte mich fest bei dir du musst aber rechts vor mir stehen oh sie scheiße laut sie scheißes laut egal das war die autorea für egal komm 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 was wo kriegen wir die aufmerksamkeit weg wo kriegen wir sie das ist medias die da vorne guck mal links von uns i'm so lonely i have nobody oh oh egal wir sind für dich da bro sie hat nicht gekockt ehrenlos da kommt die einsame die kommt? ja das ist die einsame gewesen die arme wir fühlen mit ihr niemand sollte alleine sein außer bitches haha ja gut die sollten einsam sein aber die werden niemals einsam sein das ist das problem die sind nicht alleine die sind nicht alleine sind alle cool mit mir? ja was meint da der kopf gerade drin lass mal sein komm oha digga was für ein geiler ausblick gerade ich schwöre es dir digga bei hannah ich komme bei hannah ja ja komm das ist gerade aussieht ja ok ok ja ok ja und erfolgungsjagd schnell bleiben polizei ja ja auf jeden fall das ist die das ist Rathauspando da oben ja das ist ein Uhrenturm da ist das Bürgeramt drin und ja hier ist einfach nur U-Bahn und da hinten ist die S-Bahn aber man kann das glaube ich nicht so sehen diesen Bahnhof egal wie ich gerade filme ist ein Wichser wie ich gerade filme ist ein Wichser ey yo bin ich ja auch also da kann ich nicht sagen guck er hat zugegeben du hast zugegeben dass du mit links machst hä? nee guck dass ich meine linke hat an sie ist clean clean jo clean man er hat sich gehört er filmt dich gerade bruder er filmt sich einfach das Video geht doch langsam den Ende zu nicht wahr? das Video geht langsam den Ende zu langsam langsam ich muss dir aber Koppel drunter ziehen filmen natürlich auch alles film nur sein Gesicht Digger weit Winkel fliegt gerade alles ich darf dich nicht filmen Digger wir gucken uns den Sonnenuntergang an ich seh echt scheiße auf warum seh ich wie ein Girl aus ich bin ein Girl für dich wahrscheinlich Digger hast du geschafft? 13 Jahre mein Outfit of today Leggings plus kurze Hose plus Vans mit Schmutz drin und ein Schild mit perfekt Funktioniert? wow was war das denn? die Sachen ja ja Nico ja ja die Sonnenkrane das ist Spandau das ist Spandau guys die Vogelperspektive sein Ohr klar klar oh oh das sieht nicht so warm aus Junge das sind nur noch 27% ne? egal egal das schaffen wir wir machen jetzt diese Perspektive hier weil wir an uns dann beide sehen tut ein feines bisschen und die Sonne hinter uns gleich wir machen gleich Outro wenn wir oben auf den Berg na lass nicht mehr auf den Berg gehen Digger guck mal wie viele Leute da drauf sind lass die uns irgendwo hinlegen Digger wo Sonne ist zwischen den zwischen diesen Leuten lass den Kiesteich Digger im Sand da Kiesteich? oh Bruder jetzt wurde ich ah Jesus ich hab mich so erschreckt Digger ich hab mich so erschreckt Digger rechts boah mein Ass ah mein Arsch selber Digger dein Arsch selber Digger ja den Himmel aufmachen manchmal ey das sind Engelsflügel da oben Digger Junge ich bin Engel ok ok ja ja jetzt zieh mal lieber deine Maske hoch wir können uns beide so sehen Digger eher weniger Digger aber ja warte Digger ok 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 ja ähm ja das war's mit diesem Video heute es ist heute wieder sehr viel passiert außer viel Scheiße und lustige Sachen aber ich hoffe das Video hat euch gefallen und ihr könnt es uns ja gerne wissen lassen mit einer Bewertung Lüke und jetzt entspannen wir noch ein bisschen und gucken uns diesen schönen Sonnenuntergang an zu ich habe noch ein paar Leute